Ihr Schlachtruf, Gott will es. Ansonsten sind es eher biedere Geschäftsleute, die da zu Felde ziehen. 10.000 weltweit, allein in Deutschland zählt der Orden der Ritter vom Heiligen Grabe, rund 1.000 Mitglieder. Die deutsche Sektion wurde 1933, kurz nach der Machtergreifung Hitlers, gegründet. Von Papen war einer der obersten des Ordens. Wie Opus Dei oder die Freimaurer sind die Grabesritter heute ein höchst elitärer Bund. Man hilft sich gegenseitig karrierefördernd und kämpft gemeinsam gegen liberale Tendenzen in der katholischen Kirche. Mit päpstlichem Segen. Die italienischen Glaubensbrüder gerieten schon mal in Mafiageschäfte. Da beruhigt es sicher, dass den Glaubensrittern laut Satzung der vollkommene Ablass gewährt wird. Alle Sünden sind ihnen vergeben. Egmont Koch, Isabella Pfaff und Oliver Schröhm über das heilige Schwert. Nürnberg, Anfang Oktober. Durch die Sankt-Seewald-Kirche wieht der Geist des Mittelalters. Herren im schwarzen Frack werden von einem Bischof zu Rittern geschlagen. Weiße Mäntel, blutrote Kreuze, schwarze Barrette. Die Männer, die sich in Nürnberg versammelt haben, sind kein katholischer Karnevalsverein, ausstaffiert mit Schwert und Sporen. Sie gehören einem geheimnisvollen Orden an, den Rittern vom Heiligen Grabe zu Jerusalem. Sie lassen sich eigentlich nur ungern über die Schultern blicken. Ihre mittelalterlichen Aufnahmerituale fanden sogar schon hinter verschlossenen Türen statt. Da fürchtete man Demonstrationen, vielleicht sogar Störung eines Gottesdienstes. Und da hat man den Dom abgeschlossen und hat diese Investiturfeier mit dem Bischof im Dom hinter verschlossenen Türen gemacht. Das ist bezeichnend. Das ist eine sehr symptomatische Geschichte, die zeigt, dass die Ritter vom Heiligen Grabe das katholische Ghetto suchen. Die wollen unter sich sein, die wollen was Besseres sein. Das sind die, die tatsächlich sehr, sehr viel mehr Geld haben als der menschliche Durchschnitt. Die Skulptur und dieses Ritual und diese Zeremonien, mit der sie sich dann selbst darstellen, das soll möglichst das normale Kirchenvolk draußen vorlassen. Das ist sehr kritikwürdig. Unter dem Zeichen der fünf roten Kreuze brachen im Mittelalter die Kreuzritter nach Jerusalem auf, um das Grab Christi zu verteidigen. Ihr Weg war mit Leichen gepflastert. Wer sich nicht zum Christentum bekannte, wurde niedergemetzelt. Deus lo vult, Gott will es, so der Schlachtruf der Kreuzritter. In deren Tradition sehen sich die Ordensmitglieder. Statt des Schwerts zücken sie inzwischen ihr Scheckbuch. Was in Nürnberg abläuft, ist aber nicht nur ein albernes Ritterspiel erwachsener Männer. Die weltweit 20.000, bei uns mehr als 1.000 Grabesritter, bezeichnen sich als Krieger Christi. Sie seien eine fünfte Kolonne des Papstes, sagen Kritiker. Papst Johannes Paul II. hat vor vielen Jahren, etwa zwölf Jahren schon, beim Antrittsbesuch der Bischöfe, der jährlich in Rom stattfindet, erklärt, dass die Bischöfe diesen Gruppierungen in keiner Weise hinderlich entgegentreten dürfen. Diese Gruppierungen sind die Ritter vom Heiljengrabe und das Opus Dei, die beiden sind wie die linke und die rechte Hand. Und verfolgen eigentlich gemeinsam dieselben Ziele. Wie der Geheimbund Opus Dei will auch der Ritterorden vom Heiljengrabe seine Mitgliedsliste nicht offenlegen. Bitte vernichten Sie alle Seiten früherer Lieferungen, ohne sie Dritten zugänglich zu machen. Zur deutschen Ritterschaft zählen Hypochef Eberhard Martini, Ex-Sparkassenpräsident Helmut Geiger, Kurt Hochhäuser von der Commerzbank, die G-Bank-Chef Bernd Diemann, August Brenningmeier von C&A, Heinz Kriwitt, Aufsichtsratvorsitzender von Thyssen, sowie die Ex-Ministerpräsidenten Hans Filminger und Max Streibl. Geballte Macht. Wir bemühen uns, Geist und Geld, Gesinnung und materielle Hilfe zu vereinen. Von Macht kann keine Rede sein. Da ist in unserem Ordner auch keine Machtstruktur. Anders als Heidinger verlangt der deutsche Großprior des Ordens, Bischof Anton Schlembach, der in Nürnberg die Investitur vornimmt, durchaus politische Einflussnahmen. Wenn ein Mitglied unseres Ordens eine politische Position hat, dann erwarte ich von dem, dass er dieses Anliegen einbringt. Der oberste kirchliche Grabesritter in Deutschland nimmt seine neuen Mitbrüder in die Pflicht. Wir wollen Mitglieder haben, die auch in den Möglichkeiten der öffentlichen Einflussnahme ihren Dienst leisten. Wenn wir in unseren Tagen hinter Scientologie uns hermachen und uns fragen, was da eigentlich passiert, wie die Verbindung mit Macht und Geld unter religiösen Vorzeichen versucht wird, muss man bedenken, dass die Ritter vom Heiligen Grabe vor allem auf deutschem Boden sehr viel längere Zeit hatten zu agieren und dementsprechend sich sehr viel stärker in Entscheidungszentren eingenistet haben. Macht und Geld. Nirgendwo wird die zweifelhafte Rolle der Ritter vom Heiligen Grabe deutlicher als in Rom. Im Herzen des Vatikans. Im Großmeisteramt, der Schaltzentrale des Ordens, liefen immer wieder die Fäden krummer Finanzgeschäfte und umfangreicher Schmiergeldzahlungen zusammen. Für die Mafia wurde Geld gewaschen. Und stets waren es Mitbrüder des Ordens, die dabei ihre Finger im Spiel hatten. Und einer der obersten italienischen Grabesritter wurde sogar angeklagt. Salvatore Cassisa, Erzbischof auf Sizilien, hier bei einer Investitur. Im April 1997 musste er von seinem Amt zurücktreten. Vorwurf der Ermittlungsrichter, Mafia-Kontakte, Bestechlichkeit und Betrug. Ein anderer Grabesritter wurde schon 1996 wegen Kungleime der Mafia verurteilt. Geheimdienst Steff Contrada. Und gegen Grabesritter Andriotti läuft der Prozess. Er wird verdächtigt, politischer Pate der Mafia gewesen zu sein. Davon wollen die deutschen Mitbrüder nichts wissen. Hüllen sich in Weihrauch. Selbstbewusst bezeichnen sie sich als die Besten der Besten. Als die Elite, nicht nur in der katholischen Kirche. Sie berufen sich dabei auf ihren päpstlichen Auftrag. Wer sich den Mantel umhängen lässt, fühlt sich für einen neuen Kreuzzug auserwählt, um in Israel die Rechte der Christen zu verteidigen und bei uns die Fahne der katholischen Fundamentalisten hochzuhalten. Die Glaubenskrieger marschieren, in politischer Mission. Und auf ihrem Banner steht noch immer der Schlachtruf Deus lo Vult, Gott will es. Er ist die bitterste Erinnerung an den Schlachtfeldruf der Kreuzritter im Mittelalter. Er war das Alibi zum Abschlachten von Hunderttausenden von Menschen im Namen Gottes gestützt auf den Mann, der nichts weiter wollte, als dass Menschen sich versöhnen in Frieden. Dies ist zynisch. Und im 20. Jahrhundert völlig unerträglich. Die Bahn